Asento ist ein Startup von der ETH Zürich ursprünglich. Jetzt sind wir hier am Büro Zürich Innovationspark. Wir sind ein von acht Leuten und wir entwickeln Robotik und künstliche Intelligenz für die Sicherheitsfähigkeit. Wir haben einen Roboter entwickelt, der autonom im Aussenbereich Patrouillen abfährt. Zusätzlich haben wir auch Software entwickelt, die diese Checks automatisiert, die sonst heutzutage sehr schwierig sind, um Menschen dafür zu finden. Es ist in der Nacht, es ist in schlechtem Wetter. Der Nutzer für den End-User ist, dass man Menschen für interessante und schwierige Aufgaben einsetzen kann und der Roboter die repetitiven Sachen machen kann. Und so kann man in diesem Sinne das Beste von beiden Welten kombinieren. Der Innovationspark Düberdorf ist für uns fantastisch, weil es uns erlaubt, unseren Roboter in ein echtes Szenario einzusetzen. Das ist sehr ähnlich wie es bei unseren Kunden einzusetzen. Es ist eine grosse Anlage. Und dadurch, dass wir hier den Roboter immer haben, können wir sehr viel testen, sehr viel iterieren. Und das macht unser Produkt besser. Und so ist unsere Kunden glücklich. Wir bedenen uns aber an mehreren. Ver mois!